Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Fischner wieder auf meinem Kanal. Gleich könnt ihr ihr schon erraten, weil das ist ja wieder angeschaut, ich mache hier wieder mal Gift. Heute brauchen wir wieder Handschuhe. Sehr richtig, bitte nehmen die Handschuhe. Und im Video zeige ich nachher auch, was wir alles brauchen. Jetzt machen wir wieder zwei verschiedene Gifts. Diesmal brauchen wir hier bei anderen Behältern. Und so, wenn ihr eine Interspeine hier habt, gibt es hier um 3,69 Gläser, solche Marmeladegläser. Gibt es hier 6 Gläser um 3,79 Euro, ich finde es natürlich sehr billig. Und ja, erst mit das, tun wir heute keine Seite hinein, sondern hinein und nehmen einmal hier den Lebersteinleft. Dann werden wir heute aber auch hier öfters brauchen, weil da wird noch viel übrig. So, wenn wir das mal hoch der öfters brauchen. Boah. Hallo. Okay Leute, nein, wir brauchen technisch öfters eine. Ich habe gerade herausgefunden, dass wir noch alles hier, das ist ganz, was wir noch brauchen. Das ist immer so unbeleidig. Das ist immer so unbeleidig. Das sind jetzt ein bisschen roter, oder sind das ein bisschen so etwas wie ich gerade habe? Ich habe immer noch das abonniere. So, jetzt haben wir hier einen Stift drinnen. So, hier nicht viel Wasser. So, ein bisschen Wasser. Und nochmal. Spülen. So, dann lasst ihr das Wasser hier wieder raus. So. Was Leute, ich muss jetzt hier die Handschülle ausziehen, weil es sind kann ich hier in den Schrank hinein. So, die sind noch so, ja, kurz. Hm, muss ich mal zeigen. Damit fangen wir hier, auch hier mit der Reinigung aus. Reinigung. Da brauche ich kurz Seife für meine Hände. Also meine Hand, aber keine Hände. Ja, seht ihr jetzt schon, ich bin relativ gut. Macht es aber wirklich nie. Hm, da wachsend, ne? Da kann ich hier was reden. So, oder? Das kann ich hier ein bisschen Zeitgebracht haben. Na ja, das passiert halt nur bei uns in einem Video. Also wenn ihr noch nie so erfahrt seid wie ich, solltet ihr das mit einer Erwachsenen bedanken. Brauchen wir wieder das, die da. So wie im letzten Video auch. Das ist viel. So. Schon fertig. Papier. Das ist wohl so. Aus wehe. Deswegen. Da wachsend, wenn ihr noch den Limon passiert AU. Oder so Zucker oder Kalladen. Oh, stimmt. Da war richtig freezing. Problem. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn mit dem Handschuh? Hier erst die aus und jetzt hier mal umdrehen und hier mal Wasser reinlassen, was hier nicht, glaube ich. Hier nehmen wir gar nicht mehr. So, oder? Boah, das ist doch schon ganz groß, dieses Wasser. So wie gestern tue ich jetzt gerade hier ein Video. Sonst habe ich hier ein kleines Problem, wenn ich hier noch die ganze Zeit keine Handschuhe anhöre. Boah, wie operativ. Boah. Ei? Wie? Wie? Okay. Ich brauche kurz Shampoo, den Lippenstift hier unterzukriegen, sonst geht das ja gar nicht. Also ich würde mir am besten Shampoo nehmen, weil das geht nicht. Ich habe jetzt schon hier unten, man sieht ein bisschen, ich habe jetzt schon oben. Das meiste aber auch hier jetzt schon oben. Ich bin ein sehr großer Fan von dir. Also bitte, also wenn du mir hier abonnierst. Es wird ja noch ein sehr faires Blitz. Wir haben schon ein sehr süßes Blitz, aber das ist schon mal, das ist ganz schön. Ich mache das Blitz auf die Brille. Ich mache das Blitz auf, wo ich sage das Blitz auf. Ich mache das Blitz auf. Also habe ich die Produkte hier gar nicht geteilt. Ich brauche hier einen nagellacken Fenner in blau. Ganz richtig in blau. Nichts viel, nur bis es blau wird, ein bisschen. So, so. So, hier. So. So, jetzt noch mal sehr wenig drin. Nein, nein, nein. Aber naja. Danach, aber erst danach, brauchen wir den weißen Baugler. Nichts fehlen, nicht fehlen. So. Dann brauchen wir Tessels Fiktionsmittel. So. Dann brauchen wir hier wieder, hier, eine, eine, eine Byefum. Wir brauchen mal hier wieder ein Parfüm. Tut es so ungefähr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Schütte, ne? Hier wieder zu, tut es weg. Dann, warum ich hier so intimiert bin. Bis hier bis hier einmal. Das zuhalten. Dann setze ich die zuhalten und dann wieder auf. Dann. Dann brauchen wir... So einmal. Und wie hier links tun es dazu. Dann brauchen wir hier wieder ein. Dann programmieren. So jetzt? Dann braucht ihr Dann braucht ihr Ein Duft Hier das Glas Ungefähr in so einer Förderung einspulen Hier von allen Seiten Das Glas hier schön voller Ding ist Dann nehmt ihr das ein WC-Poller oder Tier Und dann nehmt ihr Eins Zwei Drei Spitzer Könnt ihr aber auch alleine machen wenn ihr wollt Ihr müsst mich Eine Verwärtsinbreite einhalten Was kurschen jetzt wieder doch Ja ich sag ich ja Du musst nicht zum Maschen da Weil wir keinen Gin mehr da haben Du hast gar nichts damit rausgenommen Jetzt bin ich auf dem Lied hier oben oder ich? Ja Herr Bravo Das ist schon wieder der Lippenstift Ja du hast gesagt den Lippenstift Den darf ich mir nehmen Ja den darfst du nehmen Tschüss Dann schüttel dir Das macht so ein Stück Sollte ungefähr das hier raus gehen Ein bisschen weiter Sollte ungefähr so aus schon Jetzt kann ich mit an Bei der Blattnahrung Die Quatsch Die Drei Die Drei Die Drei Die Drei Die Drei Die Drei fertig hier hier hinein das tut hier einfach mal hinein die bis hier ganz vorne und das alles hier zu haken hier das ganze so wie hier hier dann hier 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 Das kann hier auch nicht, weil ich jetzt so passiere. Dann ganz einfach hier, hier haben wir noch zwei Knallschuhe, legen wir dann hier so zusammen. Dünnen hineinlegen. Dann, schon möchte ich beide miteinander. So, wir haben hier wieder ein Parfüm, so eines. Ich kann den Fisch bitte lassen, aber ein bisschen rein. So, jetzt tut ihr ungefähr so, wie du bist die Zekulung, wie du vorliegst. Dreimal hinein. Jetzt sind noch sehr viel zu putzen. Jetzt muss ich hier auch wieder hineinziehen. Wenn du das hier schon machst. So, die unter Wasser. Oh, ist das unter Wasser. Also. So, die unter Wasser. Jetzt bin ich hier fertig mit dem ersten Geld. Also mit dem Internet kannst du das Ding ein bisschen schütteln. So soll das noch alle geben. Zweites Glas drauf. Mal teust wie die Tascheффilie ausmaken und schick dir so ein bisschen so ein bisschen dicht. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, Wir�, sieben, sieben, neun… hinein. Tut es aber hier, wo ich kein Zahn nehme, tut es ja schon ein bisschen rein. So. Und dir das, du nimmst. Gib dir so eine Elkengräut der Franzkellen rein rein. Den Augen-Make-up rein. Und dir das, du nimmst. Dann gib dir die vom alten, die wieder auf. Und dir das auch. Und dir das auch. Hier, wenn du nicht mehr sofort übrig hast, könnt ihr den Verfasser rein tun. Dannацию. Und dir das, du nimmst jetzt noch einen. Und dir das, du nimmst mir nur einen, noch trocken. Und dir, du nimmst. Und dir das, du nimmst. Ist mir das zufällig. Und dir das. Das ist die Kante. Zieh mir doch. Blut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist die Kante. So ist. So hier rein. So ein Stück Druck. Noch bis zuerst. Leider Druck hier drinnen bleibt. Seht ihr, hier ist ganz schlechte Luft ins Gegensatz zu mir drinnen. Das ist mir auch schon. Einfach nur schütteln. Diesen Duft drauf. Und buchst sie da in der Treffsäcke rein. Schon seid ihr auch schütteln mit dem Blutengift. Leute, das war's für die Videos. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Like auf den Like-Button. Und den Abo-Button. Wir hören uns dann wieder morgen. Ciao. Und noch was zu sagen. Das ist Peter. Echt. Bye. Bye. Bye.